so wir machen alles mit einmal also du brauchst erreichung und abschüsse mit einer empfohlen waffe ist ein mp geduckt mp handfeuerwaffe die vollautomatisch läuft und mit einer schalke dämpften mp 300 abschüsse dann 20 mal schnelle abschüsse und dann herausforderungen schließe beliebige herausforderung der woche acht ab den abrufen noch ganz gut machen ein paar strafe könnte alles mit einmal machen und noch sparen können also die pistole nehmt sortien oder rebell blick war gut ja wollen wir mal loslegen gerade zu machen kann kann passen der musste vorigen wochen gedruckt und das ist der reichend abschüsse mit mp wenn du das ganz schnell machen willst alles mit einmal mit mp das ist auch super einfach eins drauf und werde ich aus aus ist easy schon geld mitnehmen die jünger werden ein bisschen die jünger werden ein bisschen scheiße sein nachher wie ist noch alt da fickt euch doch einfach der assi krüppel also meine fresse und doch mein hund hier holen junge das ist aber richtig schlimm der botten hier mit diesem dreck alter schmutz ja pecker punch eins haben wir jetzt aufgerufen weil ich keinen mehr hat es ist so nervig manchmal eine scheiße hier brauchst du den feinen hund nicht noch update fängt die scheiße schon wieder an oder ich wollte schon sagen meistens noch ein update oder so ich will nämlich die schlüssel aus und alle machen ich muss noch die scheiß jünger machen die fünf die macht noch mal ohne aufsätze noch was machen damit die neue waffen gut 6000 brauchst du glaube ich 6.000 dna von 1 60 prozent 63 prozent grüß dich michael kein blog bin ich bei drehen warum das nicht geht weil ich kein mikro an habe kann das sein das ist angeschlossen Gut. das ist die schieben vor machen das ding fertig 85 114 150 108 6 von 20 30 abschüsse unter die runde schließe was soll das ist unten gleich habe ich vier von fünf schon töte einen mängel nach 27 es geht aber relativ schnell wir haben es fertig und dann haben wir noch einmal gucken warum ich mich nicht höre wenn ich aufnehmen habe ich kein micro auf da nämlich das einfach so auf über bildschirm lautsprecher weil nur nein reden im micro aber mir auch nicht einmal fünf abschüsse gemacht also das fertig das fertig dann haben wir hier 25 also habe ich dann 3 von 54 von 5 was das empfohlen schalte bei mp 300 ok die bist du kannst du nachher nehmen das ist scheiß egal aber ich möchte das jetzt nicht ab weil ich habe jetzt mein falsch genommen ein golden ich habe dann kein mehr aber mal hier ist abschüsse hier recht schnell abschüsse du brauchst nur in gedruckterhaltung durchlaufen 350 minuten machen fertig kannst du aufrecht gehen kannst du liegen gehen so wie es dir gefällt aber fünf mal schnell halt abschüsse hier ist eigentlich so schnell und geil und stark dass du das locker hinkriegst hier die scheiße dna einsammeln dna 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 gut den grünen scheißdreck können sie sich in ihren arsch schieben gut kann ich nehmen für die waffe ist ein scheißegal die renetti brauche ich nicht leben weil die gelten zählte nicht das ist ja keine mp das ist ja nur mp die ein und das andere ist ja schnelle abschüsse du kannst du das ist das ist scheiße geil so da machen wir fix noch ein ei weil hier ist gas und er das hier oben ist das dauert und dann erst hier unten ist es dauert na gut das geht schneller her das geht auch schnell hierher und gas dauert bis hoch bis hier immer nach hingehen und können dann fix noch eine mission erledigen jünger müsstest du noch machen drei stück da wirst du aber echten bretschiss haben müsstest in der 2er zone gehen hier ist auch gut wenn ihr jetzt auch alles machen können aber ich brauche die 350 mit der mp oder ohne aussätze nachher geht auch was darf ich auch deine fünf linger voll das ist eigentlich scheißegal wie das machen habe ich die dannung für die neue waffe und da habe ich eigentlich alles voll oder besser ist fertig auch die dna proben habe ich fertig habe ich alles fertig dann kann ich mich noch auf den dinks freuen ich denke mal das wird zuletzt sein oktober kommt schon das andere also dann august september kommt jetzt am 27 juli august september ja zwei monate also ja knapp zwei monate geht es immer august september und da kommt dann am dem kommt dann noch so vielleicht noch das sechner aber das ist ein buster jetzt kommt der ist naja also da ist nicht so geil wenn ich das gesehen habe das ist dann schmutz das ist dann richtig schmutz also verletzt oder vorletzte sein weiß ich nicht ich spiele trotzdem weiterhin noch ich hab so viel geld rein gesteckt in dem spiel weil das sechster spiel ich umsonst über xbox ja das ist mir die scheißigerei warte mal hi mickey warte mal äh aber ich habe die ich bin nicht verbunden mit dem mikro ich weiß nicht ob du mich hörst keine ahnung glaube ich aber nicht ich glaube nicht dass er mich weiter mit ihm muss ich dann machen stimmt nicht glaube ich nicht ich weiß es nicht w 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 ich hab nix mehr, ich kann ja eh nix mitnehmen, hab ja ab dem zeit gar nix, das ist scheiße nur 300 abschüsse und alles mit einmal machst du hast du arbeit gespart mit ducken und schalldämpfer ohne alles sachen und das serum also ich habe dann erledigt ducken schnelle abschüsse hier sonst mal 25 mal fünf schnell abschüsse machen wir jetzt noch in 300 braucht es ja das ist doch nicht viel das ist doch hat sie 40 gemacht die scheiße schau mal an das geht es hat sie fast sie letzten paar zombies auf sich zukommen ist so gut grafstein endlich noch einmal hier sein können schnell abschüsse mann die moe zu raubi mit dna 6.000 6.000 6.000 alter ich mache noch mal ein dass ich vielleicht noch mal ein packer punch hat die abdienst hat muss zurückgesetzt werden knapp 20.000 30.000 für drei stunden das ist ja immer das ist scheiße wenn du nichts machst setzt sich nichts zurück wenn du wenig machst du willst geld mit hast du nichts davon das scheiße so war ja so gehen wir noch mal oben ich will mir auch noch so gehen wir mal mitnehmen umso mehr geld umso mehr aufgaben umso mehr schaltest du ja wieder zurück also neutralisiert das stunden abgibt wir sind endlich eine körperliche zwischen furcht wie wir brauchst du 20 mal fünf schnell abschüsse und wir haben nichts werden mit der 20 abschüsse ich glaube die orangen brauche ich noch die da brauche ich die orangen blau voll geld brauche ich jetzt mache ich so alle das viele kommen noch mal man aber noch vier durch muss ich verscheid nach dem schrauber rufen die gelben und die brauche ich alle 6.000 6.000 von jedem 6.000 glaube ich auch die geschlosser aus xp das ist mir eigentlich scheißegal weil ich sehe ich brauche ich nicht mehr aber wieder ein grab stein wo ist denn das gewesen teleport kann ich gleich ninder teleportieren der frosch ist da ja ich habe dann ein bisschen geld zusammen zusammen für zwei stunden mehr wird es nicht sein mehr wird es nicht werden einsatz 10 das lagerunterschützterminus auf dem schlachtfeld rafieren sie es aus fixer über die scheiße hier haben wir gemacht, sauber vollküri sauber 4 von 15 ist doch ein ordner. da kommt schon ein bar guck das ist sehr geil die alle kommen wohnung nach 1000 ja das kriegst du dich machen den scheiß das war das 10 ich bin nicht mal in anstrengung gewesen ab morgen da hoffentlich schlecht oh mann dummer hund du dummer hund junge ja 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 muss eine bombe sein neun tausend haben wir jetzt Sechse, ja. Das dauert es noch ein bisschen. Von jedem brauchst du ungefähr 7000. 7000 ca. von jedem. Dann hast du es geschafft. Dann hast du es geschafft. Tja. 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 zug alles machen ein runter als alles gab es 8 6 6 6 und 6 ich glaube hier brauche ich 6 6 6 7 7 7 ist am besten oder manchmal schlecht nutzen 490 jetzt fertig ist fertig die oben fehlen noch also brauche ich da 7 7 2000 dna ist 2000 dna das ist schon noch ganz schön happy hier muss man sammeln dazu scheiße ich hatte so was mit einer jahr guck macht für mich ich habe mich den bock nachher noch mal alles neu zu machen macht das alles leid soll ich gar nicht fertig die waffen haben und alles das ist ja nur die damen und das zeug ist ein paar tagen ist nämlich hier feierabend da habe ich keine zeit mehr ich muss ja noch mal die abel machen vorher hätte ich ne habe ich nicht mehr affenbombe ist immer gut 98 also ich habe sieben tausend knapp nach ausführungsverschritt 75 das ist von hier glaube ich die orangen ist nicht so oft das problem das ist das problem wir uns mehr schon wie der junge das geht mir auf den sack macht ja ja dass die ich hier das alles klinge mich die scheiße fertig haben affenbombe wieder nein jetzt habe ich hab's ich habe ich habe sie fertig 3.000 für die spiel gefahren war so war 30.000 drei stunden kann ich ganz zwei und muss uns da ein zwei stunden müssten sein insgesamt glaube ich zwei noch was da war ich nämlich noch eine einzige aufgabe für die pistole für das mp für die mp komplett fertig mit freundern auf den nächsten siehst du was zwei stunden ok so war die waffe gibt es nachher noch geschenkt und das hier alles das haben auch geschafft die neue waffe herausforderungen machen jetzt effekt die waffe habe ich ja auch jetzt gericht ok